Double Dumble Thruster. Wir starten mit dem Gewicht zwischen den Beinen. Wir haben einen schulterbreiten Stand. Für den ersten Thruster ist es erlaubt, dass man ein Squat-Knie macht. Das heißt, wir starten, dass wir die Gewichte in die Hand nehmen, gehen mit Schwung nach oben und dann gleich in einen Squat. Schaut so aus. Und in den Squat. Und von hier aus machen wir den Thruster. Achtet jetzt immer auf eine explosive Hüfte. Und, dass das Gewicht erst in den Squat geht, wenn das Gewicht auf den Schultern ist. Also, erst nach unten und dann in den Squat. Zack. Zack. Genau. Double Dumble Thruster.